Mit scheiner sonniger Aussichtsplattform zählt der Gornergrat auf 3089 m über Meer seit über 100 Jahren zu der Top-Ausflugsziele der Schweiz. Das Panorama ist sicher eines der schönsten. Der Ausblick auf das Monte Rosa-Massiv mit dem högsten Schweizer Berg, der Tiefvorspitze auf 4634 m und auf den zweitgereigsten Gletscher der Alpen, dem Gornergletscher, aber auch der Blick auf die 29 Viertäusiger ist ein Träumen. Die Gornergratbahn als högste im Frühjahr angelegte Zahnradbahn von Europa startet direkt am Bahnhof von Zermatt. Die Linie führt mit einer maximalen Steigung von 20% auf einer Länge von ca. 9 km über eindrucksvolle Brücken durch Galerien und Tunnel, durch idyllische Wälder und Motten, vorbei an Steinschluchten und Gebirgsee. Am Ziel erwartet der Gast das högste Hotel der Schweiz, das Kulmhotel Gornergrat. Mit Restaurant, Sternenwarte und Shopping Mall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020